Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte den Dank an alle Mitglieder der Kommission voranstellen. Wir haben gestritten, wir haben gelernt, also zu meiner großen Überraschung, Familie ist ein extrem emotionales Thema und wir haben lange gebraucht, bis wir uns so weit zusammengerottet hatten, dass wir eigentlich auch unsere Sichtweisen aneinander ein Stück weit angeglichen haben. Und Heldin dieses ganzen Prozesses, und das sei mir gestattet, ist Frau Ingrid Hack als Vorsitzende, die es immer wieder geschafft hat, auch zerstrittene Positionen zusammenzuführen. Und ich finde, da hat sie eine Menge verdient. Fast 40 Prozent der Familien, die in Nordrhein-Westfalen leben, haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Sie haben ihre Wurzeln oder die Wurzeln ihrer Großeltern liegen nicht in Deutschland. Sie machen einen wesentlichen Teil Nordrhein-Westfalens aus. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wir in der Kommission dieses Thema auch immer mitdiskutiert haben. Wir haben bei den Familien mit Migrationsgeschichte immer wieder mitgedacht, in welcher Situation sind sie betroffen und wo gehen sie jetzt mit um. Und wir haben eigene Handlungsempfehlungen entworfen, die sich speziell um die Belange der Familien mit Wurzeln in anderen Ländern gekümmert haben. Und eine ganz wichtige Fragestellung, das hat hier noch keiner erwähnt, ist die Anerkennung der Mehrsprachigkeit der Familien, der Kinder und die Anerkennung der Diversität dieser jeweiligen Communities. Dazu haben wir Handlungsempfehlungen verabredet und unser Ziel ist es, gemeinsam, und das war ja einstimmig, zu sagen, dass alle Kräfte, die sich um diese Kinder kümmern, eben armutssensibel und kultursensibel ausgebildet werden müssen. Das ist wichtig in einem Land wie Nordrhein-Westfalen. Und da es ja schon viele sind, können wir in Nordrhein-Westfalen sehr stolz auf die Erzieherinnen und Lehrerinnen sein, die diese Kunst bereits beherrschen. Wir haben sehr viel gestritten und auch das ist mir ein Anliegen, weil das jetzt hier, der eine sagt, Gebührenfreiheit, der andere sagt, ja, also Familienfördergesetz und so weiter. Also wir haben sehr viel darum gestritten, wie gelingt es, dass wir zueinander kommen und dass wir uns um diejenigen Menschen in unserem Land kümmern, die unter dem Stichwort Einkommensarm in unseren Städten leben. Und es hat mich sehr schockiert, Frau Hack hat es erwähnt, dass es auch Teile der Kommission gegeben hat, die gesagt haben, also diese Frage der Einkommensarmut, das interessiert uns nicht, wir wollen lieber was für die Dörfer tun. Wir haben als Kommission gemeinsam entschieden, dass die Frage der Einkommensarmut, Blick auf Familie, ein wichtiges Thema ist. Wir haben sehr, sehr lange auch den Ergebnissen von Kekitz gelauscht und wir haben auch den Ergebnissen von Professor, jetzt habe ich den Namen jetzt gerade nicht, Strohmeier, von Professor Dr. Strohmeier gelauscht, der sehr deutlich macht, dass welche Folgen Armut und Einkommensarmut von Familien auf die Kinder hat und auch auf das gesellschaftliche Gedeihen. Und da ist es nur wichtig, dass wir uns gemeinsam darauf verständigt haben, dass wir auch die Quartiere, die Stadtteile, die Straßenzüge, in denen diese Menschen leben, dass wir die gemeinsam nochmal neu in den Blick nehmen und schauen, mit welchen Instrumenten gelingt es uns, da die höchste Qualität reinzubringen. Wie können wir unsere Stadtteile aufwerten, sodass sich Familien da nicht, sagen wir, nicht wertgeschätzt fühlen, sondern dass sie sich wertgeschätzt fühlen in ihren Stadtteilen. Wie viel Grün können wir in diese Stadtteile hineinbringen? Wie viel Bildung können wir in diese Stadtteile hineinbringen? Und wie kann es gelingen, das war eine ganz wesentliche Frage, die haben wir viele Stunden diskutiert, Wie kann es gelingen, dass die Eltern und die Familien besser und stärker teilhaben können an Gesellschaft? Denn in einer Gesellschaft wie der unseren gelten diese Eltern zum Teil als abgehängt. Und das heißt, dass die Investitionen, die wir auch in unseren Kommunen leisten wollen und die wir als Land leisten wollen und welche Forderungen wir an den Bund haben, dass wir das leisten wollen, dass das diese Menschen, die in Nordrhein-Westfalen leben, in den Blick nehmen muss. Und dass es da eine gewisse Wertschätzung und Wichtigkeit braucht für Familien. Denn wer Familien, denen es nicht so gut wird, nicht wertschätzt, schätzt Familie insgesamt nicht wert. Ich komme zum Schluss und bleibe auch noch mal beim Thema. Wir haben alle betont, wie wichtig uns Familie ist. Und umso dramatischer ist es, wenn die Frage bei geflüchteten Menschen des Familiennachzugs kritisch diskutiert wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank an die Kommission. Vielen Dank.